Musik Musik Ja, das ist natürlich ganz wichtig, dass man den richtigen Partner hat. Musik Das ist aber auch etwas Glückssache, also... Außerdem, jeder Mensch ändert sich im Laufe der Zeit, nicht? Und auch ein Partner, bei dem man meint, der passt wunderbar zu mir, er kann sich nach fünf oder zehn Jahren entpuppen, dass das nicht so ideal ist. Damit muss man auch immer rechnen. Oder dass man sich selber in irgendeine Richtung entwickelt, wo der Partner das meint. Was ist Sexualität? Sexualität ist eines der schönsten Dinge auf dieser Welt, aber auch eines der gefährlichsten Dinge. Sexualität hat Explosionsstoff auch in sich. Das wäre meine allgemeine Antwort. Kann destruktiv wirken, kann konstruktiv wirken, soll meistens konstruktiv wirken, kann aber auch sehr destruktiv wirken. Ich bin sehr wichtig, dass das nicht ganz wichtig ist.